Und damit willkommen zurück zur nächsten Ohne-Hut-Event-Folge. Und ich spiel mal wieder Fahrtschleicherin, das hat irgendwie besser geklappt als Slayer in der letzten Folge, wo wir dann von dem Boss nochmal schön hier eine mitbekommen haben, als alle tot waren und niemanden mehr wiederbeleben konnten. Naja, es ist, es ist wie es ist. Gegen den End-Boss bei Versteck des Zauberers sollten wir generell was Tankier spielen. Zumindest was, was ein bisschen besser und länger blocken kann. Wir haben hier Piercing-Shot. Ich versuch's erst gar nicht. Zumindest nicht auf den, der sich da so ganz hin und her bewegt. Und wir haben kein Zielkreuz, das ist perfekt. Aber auch wie in der Skitter-Gate-Folge, das ist ungefähr ein bissel links daneben. Ein bissel links über den hier Pfeil. Okay, deswegen sollten wir das hier auch ohne Probleme tun können. Okay, den Plague-Monk haben wir jetzt nicht bekommen. Ah, ich fand's toll, wie wir Chaos-War hier ohne, ohne Aim-Kreuz bekommen haben. Das war ziemlich gut. Und hinten kommen noch ein paar mehr. Müssen aber in Nahkampf gehen. Okay, sind alle weg. Hä, die hier müsste auch wechseln. Okay. Ja, ich weiß nicht, ich kann Elf einfach, ich kann Grillen einfach grad auch ein bisschen besser spielen. Bin grad nicht so auf dem Badentrip, denke ich mal. Unsere Pissing-Shot ist leider nicht aufgeladen. Aber Badentrip schießt auch so gut wie alles weg. Ist auch ganz gut. Und wir haben das Trinken, dass wir die Bombe nicht verbrauchen, nicht wahr? Jawoll, haben wir. 25% Chance. Ist nicht so, als ob das riesig wäre. Aber wenn es dann zwei- oder dreimal hintereinander klappt, ist das schon ziemlich geil. Okay. Hier können wir noch ein bisschen wegschießen. Okay, die ist auch weg. Dann kommt wieder die nächste. Gut, gut. Wir können hier unten übrigens durchziehen, wenn wir nach hinten wollen. Dann müssen wir nicht immer aufs Dach gehen. Und wir schauen mal, was wir hier in der Kiste haben. Oh, natürlich nichts. Wer hätte damit gerechnet? Die Bäume überlebt das ja gut. Ich habe gestern mit ein paar Freunden mal wieder beim Teil 1 gespielt. Und Krillin ist ja echt, im Gegensatz zum zweiten, da ja echt richtig lieb. Die hatte gar keinen Hass auf die ganze Gruppe. Ja, Toom ist mir egal. Vielleicht ist in der Kiste was Interessantes. Okay, den müssen wir jetzt nicht mehr mit dem Piercing Shot töten. Bin mal gespannt, wenn wir gleich ein Monster bekommen, weil wir kommen ja jetzt zu einem Monster spawnen. Ob wir dann auch gut mit dem Piercing Shot arbeiten können. Beim Stormpeen kann man extrem gut damit arbeiten. Oh, das hat weh. Wie hat uns das nur getroffen? Es war doch ungefähr einen halben Meter neben uns gewesen. Dankeschön. Wir haben gerade hier einen Drang zugesteckt bekommen. Okay, die Gasrate sollte fertig sein. Wir halten dann mal hier oben die Position. Lass uns so viel dazu da hochgehen. Ja, das habe ich kommen sehen. Der wird aber gleich wiederkommen. Wird gleich wiederkommen. Okay. Oh, da haben wir gleich was geschafft. Ich würde jetzt einen Piercing Shot nicht unnötig für den Assassinen einfach reinschießen. Das ist jetzt nicht wirklich von Nutzen. Wir warten lieber hier kurz ab, bis er kommt. Wir gehen aber hier lang. Um mal oben noch zu gucken, ob wir irgendwas Gutes bekommen. Mit Ruhe ist natürlich nichts. Das ist hier aber auch kein Chiosk, wo wir da irgendwo rumspringen. Und hier oben ist auch nichts. So. Ne. Sehe hier nichts. Also keine großen zumindest. Manchmal. Okay, hier wäre dann das zweite Pass. Es gibt ja drei Fässer, die man mitnehmen müsste für die Challenge. Dass man quasi die Idee hinter der Challenge ist, dass man die Fässer am Ende nicht nimmt, sondern drei, die man auf der Map findet. Zwei haben wir schon gesehen, wo auch immer das dritte sein wird. Bin ich mal gleich gespannt. So, dann. Das war ein schöner Headshot. Ging aber ein bisschen meiner Meinung nach zu weit links rein. Okay, dann hopp, hopp, hopp. Oh, da hinten ist irgendwo eine Dings-Ratte, eine Beuter-Ratte. Aber an die kommen wir wahrscheinlich gar nicht mehr. Ich renne mal hier raus, aber ne, da sehe ich gerade hier nichts. Natürlich hat er sich genau in dem Moment hier geduckt. Hier mit schwer leicht ist man auch ein bisschen flotter unterwegs. Wir können einfach hier in ein Haus gehen. Das ist nicht so das Problem. Sollten die wirklich zu uns kommen, können wir das Fass reinwerfen. Was war das für eine Frage? Okay, die kriegen wir hier oben locker alle. Oh, der hing da noch, der Souls-Bayer. Das tut mir ein bisschen leid. Aber wir nehmen seinen Heiltrank mit. Und geben ihn dann gleich mal wieder. Okay, wir haben unseren Piercing-Shop bereit. Okay, so viel dazu. Wir geben den Trank dann doch nicht zurück, denke ich, oder? Doch, gehen wir. Wir sind noch über der Hälfte. Das ist super. Okay, einfach verschwunden. Soll in Ordnung sein. Ich hoffe, wir haben auch eine Waffe, die die Kombo macht hier schwer leicht. Das wäre schon ziemlich cool. Also ein Dark Knight meine ich. Was übrigens auch sehr interessant war, als ich gestern mal Vermittelt 1 gespielt habe, habe ich mal die Behinder ausprobiert. Und ich war überrascht. Die sind gar nicht so scheiße im ersten Teil. Die sind sogar richtig cool. Die haben ja von Victor zumindest relativ Spaß gemacht. War nicht so extrem langsam wie im zweiten Teil. Hat aber kaum, also nahezu null Armor-Damage gemacht. Das war ein bisschen das Traurige dran. Irgendwo da weiß noch, was das hier nennt, ja? Ich weiß nicht, wo Victor ist. Leider. Aber dann trinken wir einfach den hier. Und nehmen einen wieder mit, wenn wir den noch nicht wissen, wo Victor ist. Hat nicht gereicht. Hätte ein bisschen weniger vorziehen müssen. Okay, dann holen wir mal so kurz Victor jetzt hier. Ich müsste hier irgendwo ums Eck dann liegen. Oh. Hätte nicht gedacht, dass da nur einer hier grad so neben mir steht. Aber ich muss sagen, in den Aufnahmen, die ich heute mache, stelle ich mich auch nicht so gut an. Da bin ich auf jeden Fall grad nicht auf meinem Höhepunkt. Oh. Das war nicht mein Gedanke gewesen. Ja, das ist halt auch wieder was, wenn man alle Spawns kennt. Kann man das hier, kann man direkt dahin gehen. Okay, Baden geht für das Fass. Ich gehe für das Fass. Okay, Baden geht nicht für das Fass. Ich gehe für das Fass dann. So, hopp, hopp, nach oben. Hier mit schweren Angriffen. Sind wir ein bisschen schneller. Und direkt runter, weil hier oben kommen die auch ganz gerne hin. Gegner. So. Ok. So. Ich wollte das längste Fass hier. Und trinke mal Speed dafür. Das ist eine gute Idee. Vielleicht kriegen wir noch einen Drang hier unten. So viel Zeit müssen wir uns ja noch lassen. Und bekommen wir sogar. So, das wird vielleicht interessant, wenn wir Gleich, nachdem wir hier draußen sind Noch einen Stormfeet oder so Haben, gegen den wir kämpfen müssen Oder einen Ratten-Oga Das wäre ja auch möglich Okay Haben wir jetzt das dritte, letzte Fass Perfekt Und dann zünden wir auch mal direkt an Und Lassen den Wagen hier reinfahren Ich glaube, im Spiel steht doch Jagd die Kirche hoch oder irgendwie so Oh Mann Nee, die Vorräte, die Vorräte Boah Ich mag's Ich mag das Spiel wirklich viel zu sehr Denken, den können wir noch Den können wir auch noch Den haben wir natürlich nicht getroffen Sollte das Monster kommen, trinken wir direkt unseren Purple Aber wenn wir es natürlich jetzt sehen können In der Skitter-Tor-Folge haben wir Au, 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 das ist der B Haben wir sogar ein Dingesmit mitgenommen gehabt In Grimoire Aber hier nicht Ja, Victor hat nicht das Schild, was uns Lebensblick gibt Das ist ziemlich unnötig, dass er uns den gibt Wenn wir Eine geschlagen bekommen Zumindest Sieht das so aus Hier Beutewürfel Eine Seite Noch eine Seite Hier an der Seite ist keine Seite Und Das ist noch ein Überbleibsel vom ersten Verminteid Wo man Quasi hier Gewürfelt hat Und da hatten die Beutewürfel glaube ich Nur Drei Augen gehabt Also man hat 50-50% Chance gehabt Irgendwas zu bekommen Und Ja Das Das war's So, wir heilen mal Wir heilen mal den Zwerg Und holen uns da noch das eine Tum hier zumindest Okay Zwei Leute, ein Gedanke Ich hoffe, das ändern die auch im Darklet Dass wir nicht mehr gegen Gegenstände durchschlagen können Okay, dann Ziehen wir mal weiter War natürlich kein Headshot Ah, ich find das cool, dass man auf zwei Pfeile schießen kann Nachdem man hier Ein paar Nahkampf getötet hat Also mit der Fähigkeit natürlich Was ich als hier Bounty Hunter Mal gern gemacht hab Da Hab ich Die Stormwimmon und so Die wir neben meinem Teamhammeraden stehen Ein bisschen aus der Ferne angeschossen Und die in Staggern gebracht Man hat ja dieses kritische Treffer Dass wenn man Einen davon abschießt Dass der erste Schuss halt ein kritischer Treffer ist und so Das ist ziemlich cool Da kann man Leute wirklich vor Overheads schützen Beziehungsweise bevor die natürlich auch ausholen Aber ja Wir spielen ja nicht Bounty Hunter Sondern Kerellian Und Oh ich bin mal gespannt wie viel Schaden wir eingesteckt haben Wir wurden ja einmal gehuckt Aber nicht Aber sind trotzdem nicht gestorben Oh das geht sogar 264 ist echt nicht viel Da sind wir sogar mit einer der höchsten Krass krass Aber ja Ich hoffe dass es euch gefallen hat Das kleine Die kleine Folge hier Empärum in Flammen Und wir sehen uns dann in der nächsten Und bis dahin Tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020